Moin Leute, heute wollen wir euch die erste Folge unserer Lost Place Comedy vorstellen und in dieser Folge geht es um Horst Walter. Horst Walter möchte gerne gute YouTube Videos machen und sitzt in dem Lost Place und wartet auf seine Freunde. Und er wartet und wartet und wartet. Horst Walter und wartet immer noch auf seine Freunde. Wo bleiben denn die jetzt? Das sollen wir in Arbeit ausarmen. Horst Walter hat leichte Probleme beim Ausgehenkönnenflieger Videos. Ja meine Freunde, Horst Walters Videos sind unter anderem deswegen scheiße, weil er sich morgens oder beziehungsweise mittags um halb zwölf schon ein Bier in den Kopf hat. Da ist doch nicht nur eins. Das waren schon vier. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Vier. Horst Walter hat nämlich eigentlich gar keine Freunde. Denn sein Freund ist das Bier. Und er hangelt ja an aller Neide noch mal einen Daumen nach oben und nicht nur nach oben. Und das, meine Freunde, ist die Geschichte von Horst Walter. Ja Leute, das war unsere erste Lost Place Comedy. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Für die ersten Daumen nach oben kommt ein neues Horst Walter. Und für die ersten fünf Daumen nach unten kommt ebenfalls ein neues Horst Walter. Ihr seht also, Horst Walter bleibt euch erhalten. In diesem Sinne hoffen wir, ihr habt viel Spaß mit diesem kleinen Video, so wie wir beim Machen. In dem Sinne, haut ihr rein, euer Team Explorers. Ciao.